Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei uns auf dem Kanal. Wir schauen uns heute mal die Neuerung in Windows 11 23 H2 etwas genauer an. Es sind noch nicht alle Änderungen da, aber einige können wir uns jetzt schon mal anschauen. Eine der größten Neuerungen wird natürlich der Co-Pilot sein. Der fehlt allerdings leider in der aktuellen Developer Preview noch. Ich hoffe, dass wir da in der nächsten Zeit mehr Infos bekommen und vielleicht auch schon mal etwas testen können. Das seht ihr dann auf jeden Fall hier bei uns auf dem Kanal. Nichtsdestotrotz wird sich einiges ändern oder hat sich hier geändert, wenn wir mal den Explorer öffnen. Ihr seht schon, der Explorer wurde hier ziemlich überarbeitet, gerade auch was das Design, die Aufmachung angeht. Und auffällig ist auch hier ein neuer Menüpunkt, das ist der Katalog. Wenn wir den Katalog jetzt einmal öffnen, sehen wir, dass hier Bilder zusammengefasst werden. Hier sind auch andere Dokumente drin. Wenn ich da jetzt mal draufgehe, ist das hier eine PDF. PDF, noch mehr PDFs, die sollten, ich weiß nicht genau, ob die hier nur nicht korrekt angezeigt werden oder ob die hier gar nicht reingehörten. In den Release Notes steht eigentlich nur Bilder drin. Da müssen wir nochmal schauen, was Microsoft dann hier raus macht. Wir sehen hier aber auch einen Zeitstrahl, mit dem wir dann zurückgehen könnten. Ich habe jetzt aktuell nur diese Bilder hier drin. Wir haben hier aber auch die Möglichkeit zu sagen, welche Ordner überhaupt berücksichtigt werden sollen. Die können wir dann hinzufügen und entfernen. Das kann eine coole Neuerung sein. Wir werden mal sehen, wie das dann tatsächlich später funktioniert. Neu ist auch hier diese kleine Vorschau, die ihr hier an der Seite seht, mit den Eigenschaften des entsprechenden Dokuments, beziehungsweise Bildes, was ihr hier habt. Und da hat sich also einiges getan, was den Explorer hier angeht. Eine weitere Neuerung ist dann, dass mit 23H2 die native Unterstützung von 7-Zip und RAR-Dateien kommen soll. Das bedeutet, ihr braucht kein zusätzliches Programm mehr, um diese Dateien zu entpacken. Früher bräuchte man dafür ja zum Beispiel das Programm 7-Zip. Das wird überflüssig werden mit 23H2. Ihr könnt es natürlich weiterhin benutzen, aber Windows wird das dann auch direkt öffnen können, ohne dieses Zusatzprogramm. Eine weitere Neuerung finden wir hier im Startmenü. Wenn wir mal auf alle Apps gehen und hier ein bisschen runterscrollen, dann gibt es hier jetzt die Option Windows-Sicherung. Wenn wir da einmal drauf gehen, haben wir hier die Möglichkeit, den kompletten PC in OneDrive zu sichern. Ihr könnt hier auch noch Einstellungen machen, welche Ordner hier gesichert werden sollen, welche Apps sollen gesichert werden, welche Einstellungen und auch Anmeldeinformationen. Wichtig zu wissen ist nur, dass Apps nur dann gesichert werden, wenn sie aus dem Microsoft Store heruntergeladen wurden. Wenn ihr also selber Programme installiert, werden diese aktuell hier nicht mitgesichert. Das betrifft also nur Apps aus dem Microsoft Store. Trotzdem ist es ein cooler Weg, auf den glaube ich auch schon viele gewartet haben. Wir haben uns ja auch schon andere Alternativen für Backups angesehen. Das wäre hier mit passé und man könnte das direkt in Windows machen. Die nächste Neuerung betrifft dann die Taskleiste. Ich mache das hier einmal wieder zu und wir gehen hier einmal mit einem Rechtsklick in die Taskleiste Einstellungen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, beim Verhalten der Taskleiste zu ändern, dass die Apps gestapelt werden. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt hier mal den Explorer öffnen und wir öffnen den Explorer gleich nochmal, seht ihr ja, wir haben die hier gestapelt und müssen dann erst einmal mit der Maus drüberfahren, um dann eine Auswahl treffen zu können. Ich lege die jetzt einmal kurz nach unten und zeige euch, was ich meine. Dann haben wir nämlich hier in dieser Option die Möglichkeit zu sagen Never. Und dann haben wir die beiden hier nebeneinander und wir sehen auch hier eine Beschriftung. Die Labels kann man sowieso auch einschalten. Das würde dann auch funktionieren, dass ihr hier immer seht, was ist hier unten eigentlich, was liegt hier unten eigentlich. Das ist jetzt also dann auch ab 23h2 verfügbar. Allerdings muss man dazu sagen, alle Features, die ich euch jetzt hier zeige, sind momentan nur in der Vorschauversion. Das heißt, es kann auch immer sein, dass Microsoft hier nochmal Funktionen wieder entfernt. Weiter geht es dann mit einer neuen Funktion im Widgetboard. Da muss ich aber ehrlicherweise sagen, das benutze ich eigentlich nicht. Und von daher kann ich nicht mal sagen, ob das jetzt neu ist oder ob das noch alt ist. Wir gehen hier einmal rein in das Widgetboard. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Man kann das jetzt hier ein bisschen noch individualisieren. Man kann hier Widgets hinzufügen, je nachdem, welche man hier gerne hätte. Und kann die dann, soweit ich weiß, auch verschieben. Okay, das funktioniert. Wir können auch hier zum Beispiel dann sagen, welche Größe das Widget haben soll. Und können uns so dieses Widgetboard nochmal ein bisschen anpassen. Je nachdem, welche Interessen wir dann hier haben. Können wir dann hier auch zum Beispiel sagen, okay, mich interessiert das Motorsport. Dann nehmen wir eine Motorsport hier rein. Müssten wahrscheinlich auch das andere hier rausnehmen. Champions League habe ich gar nicht ausgewählt. Okay, wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum ich es nicht benutze. Machen wir das hier mal weg. Da bin ich. Ah, jetzt ist es umgesprungen. Muss man nur einmal zumachen. Hier sehen wir jetzt die News zum Motorsport. Das können wir uns dann hier hinziehen, wo wir gerne möchten. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen das Wetter gerne hier oben haben, ginge das auch. Normalerweise offensichtlich kann man nur die, die man selber hinzufügt. Entschuldigung, man kann nur die, die man selber hinzugefügt hat, verschieben. Wetter gibt es dann hier gar nicht mehr. Wie gesagt, ich nutze das nicht. Wir können hier auch weitere Widgets noch hinzufügen. Da kommen wir dann in den Microsoft Store, der jetzt noch ein bisschen lädt. Das hier wären offensichtlich, genau, das hier sind dann Widgets, die wir dann noch hinzufügen können. Wie gesagt, diese Funktion nutze ich nicht. Von daher ist das für mich jetzt nicht interessant. Ich wollte es aber trotzdem erwähnen, falls es der ein oder andere von euch benutzt. Weiter geht es dann mit einer Funktion, die ich jetzt aktuell hier auch noch nicht zeigen kann. Genauso wie der Co-Pilot habe ich diese Einstellung jetzt noch nicht gefunden. Und zwar ist das Windows Lightning. Windows Lightning ist, wenn ihr zum Beispiel eine RGB-Tastatur angeschlossen habt, braucht ihr ja bisher immer einen extra Treiber bzw. Programm des Herstellers, um diese Lichteffekte auf eurer Tastatur anzuschalten oder zu steuern. Das wird jetzt in die Einstellung von Windows 11 integriert und ihr könnt das dann direkt in Windows 11 einstellen. Die nächste Neuerung, dafür müsste ich jetzt einmal ganz kurz noch in den Dark-Mode wechseln. Moment, Personalisierung. Und dunkel. Und zwar betrifft die nächste Neuerung eine App oder ein Programm, was jetzt schon mittlerweile seit 37 Jahren im Windows enthalten ist und zwar Paint. Paint hat jetzt nämlich auch einen Dark-Mode bekommen, wie wir hier sehen können. Und man hat die Zoom-Funktion etwas verbessert. Ich weiß nicht, wer von euch noch Paint benutzt. Ich sage mal, nice to have, dass sie das jetzt eingebaut haben. So, und das waren dann eigentlich auch schon die Neuerungen, die ich euch jetzt aktuell zeigen kann. Wie gesagt, es kommen ja noch. Der Co-Pilot auf jeden Fall, der wird nochmal richtig spannend, wobei man auch nicht genau sagen kann, ob der wirklich in Version 23H2 schon enthalten sein wird oder ob er später nachgepatcht wird. Auch das ist natürlich noch möglich. Ich hoffe, dass wir da bald neue Informationen haben. Wie gesagt, das coolste Feature, beziehungsweise die größte Neuerung zum aktuellen Stand ist jetzt eigentlich der Explorer, den man hier überarbeitet hat, der halt, wie gesagt, so ein bisschen aussieht jetzt wie ein Browser. Und das gefällt mir schon mal sehr gut. Und da bin ich gespannt, wie das hier noch weiterentwickelt wird. Und wie gesagt, sobald es Neuigkeiten zum Co-Piloten gibt, erfahrt ihr das hier auf diesem Kanal. Fürs Erste bedanke ich mich aber bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss, ciao, euer David.